Immer so ganz abrupte Enden, mir fällt immer auf einmal auf, oh es ist schon zu spät, also äh, Moment, ich mach mal eben einen Schnitt. Ja, genau, weiter geht's, ähm, ich möchte mal ganz kurz gucken, wie ich jetzt zoome, wie ich jetzt näher zoome. Also Shift ist es nicht. Das auch nicht. Das auch nicht. Schusstaste logischerweise auch nicht. Steht das hier irgendwo? Lalalalalala, nein, da sind natürlich nur die Angriffe für die. Hm. Ich weiß, dass ich noch ein weiter zoomen kann, das ginge. Ähm. Z für zoomen, nö. Das ist bewegen, F, G, H. Ich geh jetzt einfach mal alle Tasten durch, ja. Y. Wer legt denn eine Zoom-Taste auf Y? Wie soll ich denn an die Y-Taste drankommen? Was ist das denn für eine scheiß Belegung? Und da hinten ist immer noch so ein komischer Warsturm. Ein Warsturm. Na, ganz toll. Hi. Nichts für das Chaos. Für das Chaos gehst du heute sterben. Haltet eure Stellung. Wow. Sekunde nochmal ganz kurz. So, Leute, da bin ich wieder. Äh, ja, genau. Also, hier, ne? So, alles kaputt machen. Ne? So, klar. Typische Space Marine Handlung. Wir haben ganz viele Gegner und wir sind die einzigen, die das Imperium retten können. Wunderbar. Dup, dup. Ja. Oh, ich hab' ich ganz vergessen. Ähm. Und das ist eine unglaubliche Angewohnheit, dass ich egal, ob ich einen Schuss oder 200 Schuss raushaue. Ey. Ja, ja, passt schon. So. Was ist denn da? Da kommt gar nichts raus. Oh, ein schwerer Bolter. Oh, ein schwerer Bolter. Jetzt muss ich mal eben umlegen, umdenken, wie lange ich jetzt aufnehme. Ich glaub' bis 47 oder so. Hallo. Hallo, hallo, hallo. Ha, hallo. Hi. Ha, wie geht's euch? Komm, kriegt man ordentlich aus dem Maul. So, das reicht jetzt auch. Ah, das war der ein. Das war, der andere ist auch schon gleich tot. Perfekt. Die Dämonen finde ich okay. Was blitzen hier auf dem Boden so? Ist das jetzt unter mir? Wow. Gut, dass das durch den Boden durchblitzt. So. Du auch? Ja? 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 Ja, komm her. Ja, komm her. Oh, wunderschön. Ganz toll hab ich das. Ich hab schon wieder keine Granaten geworfen. Ach, Granaten sind total überflüssig. Braucht kein Schwein. Guckt euch mich an. Ich spiel wie ein Profi ohne Granaten. Ah, ich halt... Wow. Alter. Alter. Ich hab ein bisschen Schiss vor dem schweren Bolter da vorne. Renn. Renn du Hund. So. Jetzt komm her. Und Tschüss. Okay, einmal nachladen. Wir wollen den Typen... Hi. Brauchst gar nicht so losrennen. Ja, komm, da vorne lag noch Munition rum. Das haben wir jetzt mal. So. So wollte ich das nämlich machen. Ah, ja. Kommt da noch was raus? Ja, kommt es. Ah, daneben. Ja. Hi. Ah, ich hätte auch mal einen exekutieren können. Yo, zurück. Laser-Kanone auffüllen. Noch weiter zurück renne ich nicht. Deswegen mache ich das jetzt eben. Ja, genau. Also Chaos Rising wird demnächst kommen. Ich hoffe, ihr freut euch drauf. Ähm, ja, ich hoffe, äh, es wird ein cooles Projekt. Ich freue mich unglaublich drauf. Mit der Wunderbare zusammen diese Kampagne zu Let's Playen. Ich glaube, das wird verdammt episch. Und, hey, es ist wieder Space Marine und Chaos. Und ich habe es schon erwähnt, ich liebe die Chaos-Typen. Die sind so cool. War ich hier drin? Ach ja, klar. Hier gibt es die Munition. Zack. Volle Muni. Schön. Schön, 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 schön. Komme ich hier auch lang? Geht das vielleicht schneller? Ich probiere es. Sieht zwar nicht so gut aus, aber... Ah, zumindest hier komme ich lang. Hier sind so komische Kästen. Ach so, und dann komme ich hier lang. Ja, gut, okay. Das hat jetzt nicht so den Unterschied gemacht. 2 cm kann er leider nicht alleine gehen. Und das Spiel läuft gerade flüssig. Das macht... Flüssig. Flüssig. Das macht mich auch glücklich. Ja, ansonsten ist es heute der vorletzte Schultag gewesen. Das heißt, ab morgen sind Ferien. Ich kriege mein Zeugnis. Wow, schön. Und außerdem ist Buchum total angesagt. Festival-Time. Yeah. Jetzt muss es nur noch aufhören zu rechnen. Haha. Ich nehme gleich den schweren Bolter mit. Keine Sorge. Die Munition will ich mir noch so aufheben. Jetzt hole ich mir den schweren Bolter. Hi. Und dich nehme ich mir mit. Ja, haha, haha. Vorne ist ein Sevo. Se, Se, Sevo. Kann nicht reden. Wow. Alter. 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 Ähm. Gut. Hälfte der Munition verhauen und dafür... Kein Ding. Sonst noch irgendwer. Servus, Schädel. Das Warp-Gerät. Wo ist es? Sicher vor dir, Dämon. Du sagst es mir. Sobald du tot bist. Hippie. Sturmboldt oder Melter? Melter. Melter. Melter, 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 Melter. Könnten auch mal nachladen. Wir haben eine Maßnahme. So, wo ist unser Bolter? Da ist unser Bolter. Zack. Und weiter geht's. Ich frage mich, ob wir auch Munition... Was passiert, wenn ich das mache? Komisch. Äh, ich frage mich, ob wir auch Munition für den hier aufsammeln können. Ähm, yo. Können wir nicht. Okay. Ja, ihr kassiert alle. Epische Musik geht los. Schieß, epische Musik ist zu Ende. Hi. Sonst noch wer? Hm? Hm? Hm, hm? Ja. Hi. Das war der. Die Dämonen. Die Dämonen. Schmeiß den Bolter weg. Hol den Melter raus. Zack. Komm her. Bam. Ja, genau. Bam. Rums. Danke für deine Lebensenergie. Ich will da wieder hoch. Da oben lag noch Munition. Irgendwo bestimmt. Äh, wir wollen den Schweren Bolter mitnehmen. Noch hat er Munition. Hätte ich jetzt beinahe vergessen. Und hopp. Zack. 62 haben wir noch. Komm, das lohnt sich. Wenn ich laufe und dann so Schiff drücke, während ich den Schweren Bolter habe, dann blinkt ja einmal dieser Punkt auf. Dieser Fadenkreuzpunkt. Den wir sonst haben, wenn wir rennen. Interessant. Ganz viele tote Chaos, Ketzer und ähnliches. Fahrstuhl? Kein Fahrstuhl? Kommt hier was? Hier kommt bestimmt was. Hier muss was kommen. Das kann es nicht gewesen sein. Ich muss doch irgendwie fahren können. Ich kann doch gar nichts anklicken. Ah, doch, okay. Kann ich wohl. Ich habe Scheiße erzählt. Wir können nach oben. Dumm, 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 dumm. Captain Marines, hier ist Captain Titus. Captain Titus, Thunderhawk Lanze von Jovo zu Ihren Diensten, Captain. Ich muss zum Orbital-Turm. Der Pilot soll den Anflug machen. Yes, Sir. Yes, Sir. Yes, Sir, okay. Wir wissen, dass wir zum Orbital-Turm müssen. Das ist nichts Neues. Hallo, Lampe. Oh. Oh. Der Turm des Wahnsinns auf dem Weg zum Orbital-Turm. Was ist das da hinten? Es sah gerade aus wie so ein Kirmesfahrer. Hallo. Hallo, Space Marine. Hallo, Blood Raven. Hallo, nicht, nicht stören. Corvus meldet sich, Captain. Hi. Hi. Wir haben uns bei Baka mit einem Truppleck Templars der Befreiungsflotte angeschlossen. Entfesseln Sie die Wildheit, die Sie beim Kreuzzug auf Aurelia gezeigt haben. Dann können die Blood Raven sehr hilfreich sein. Darauf können Sie sich verlassen, Captain. Schließen Sie sich den Truppen zum Dämonenherr an. Und halten Sie alle Feinde auf, die mir auf den Orbital-Turm folgen. Niemand hört uns scheitern sehen, Ultramarine. Leere und ruhe, Blood Raven. Oh, wie schön. Die Blood Ravens. Hi. So. Laserkanone. Hi. So, Tschüss, Chaoskrieger. Da ist noch einer. Habe ich gesehen. Alter. Jo, da kommen noch mehr. Hi. Ach, fuck. Ich habe den Streubold da gar nicht dabei. Eins. Zwei. Nicht getroffen. Tot. Y. Headshot in your face. Kann man eigentlich ein Doppelkill machen bei Space Marine? Ich habe es, glaube ich, noch nie geschafft. Würde mich aber mal interessieren. Munition für die Laserkanone. Und weiter. Und weiter. Und weiter. Und weiter. Was war das? Hier wird gefeuert. Scharf geschossen. Hi. Oh, Blood Ravens. Oh, ich mag sie. Wer schießt denn da? Alter, was wollt ihr? Ihr könnt nix. So. Okay. Ja. Na? Danke fürs Zusehen. Schon wieder so ein abruptes Ende. So zwischendurch so. Hey, okay. Jetzt machen wir ein Ende. Okay. Danke fürs Zusehen. Ich hoffe, der Teil hat euch gefallen. Wir sehen uns im nächsten Teil von Let's Play Space Marine. Auf dem Weg zum Orbital-Turm. Ciao, ciao. Wir sehen uns im nächsten Mal.